Hallo, wir sind Vera und Moritz von der Gruppe Oxys. Wir veranstalten vom 14., also diesen Donnerstag, 14.11. bis Sonntag, 17.11., das 6. Lateinamerikanische Independent Film Festival MIRA in der alten VHS, Kasernstraße 50. Dort zeigen wir Dokumentationen, Spielfilme, Animationen, experimentelle Filme von jungen, unbekannten Filmschaffenden aus Lateinamerika und laden euch herzlich dazu ein. Am Freitag haben wir unsere offizielle Eröffnung und dann haben wir da leckeres peruanisches Fingerfood und Livemusik und das ganze Wochenende werden wir spannende Filme gucken. Los invitamos!